Hallo und herzlich willkommen hier auf smash.eu. Mein Name ist Smash und wir spielen jetzt zusammen. All is dust. Press enter to use the keyboard. Alles ist Staub. Es ist Horror und es ist free to play auf Steam. Es soll nicht lange gehen, aber ich dachte, ich schau es mir mal an, weil es beliebt ist, anscheinend, momentan in den Charts bei Steam. Und ich dachte, mal sehen, was die Leute da so spielen. Ich drücke mal auf Start. Ich bin auf eine Reise als Person. Ich bin primärlich auf den ersten Händen in den Städten der Städte. Ich sehe, wie die Führung und die Städte der Städte der Städte der Städte sind, die die Städte der Städte und die Städte der Städte sind, und wie sie zusammenarbeiten, um die Menschen dieses Land zu schützen, gegen die Effekte der Städte der Städte. Ich sah die Städte in 9 Städte. Ich habe mit Familien, die sie verloren haben, die ihre Fußgängerzügezzen haben. Was ist passiert? Ein Unfall, Frontal. Ich habe mit ihnen, die sie durchgezogen. Und, Gott, ich lasse nichts von mir und meine Frau. Okay. Wir können uns umsehen. Wir können uns bewegen. Es ist düster. Da vorne leuchtet irgendetwas. Ich schaue mich erstmal hier im Haus umhin. Komische Zeichen. The door is locked pretty. Patricias Raum ist das. Okay. Hier ist ein Bett. Also, groß ist dieses Haus ja nicht. Wollen wir uns da zum Lichtwagen? Hängt da eine Lampe? Hold shift to sprint. And follow. Genau. Okay. Wir sollen den Geist folgen. Oh, 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 oh. Okay. Ja, folgen wir mal den Geist. Ein Blitz. Ein Brunnen. Okay. The well is missing. The crank. Find the crank. Press M to look for the next location. Okay. Wir drücken mal M. Wo sind wir denn hier? Oh. Sind wir das da oben, was da leuchtet? Oder ist das das, wo wir hin müssen? Da ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Da unten ist der Brunnen. Da müssten wir ja sein. Das heißt, wir sollen nach da oben? Oder wie? Ich geh mal zu. Ich geh mal hier lang. Oh, oh. Okay. Wir können nicht unendlich sprinten. Lassen wir das mal. Vorne leuchtet es doch schon wieder. Ich denke, wir sind hier richtig. Mal gucken. Ich möchte nicht zu viel sprinten. Ich weiß ja nicht, was kommt. Oh, oh. Das ist creepy. Aber da leuchtet es. Ja. F. F. Ich habe M gar nicht gedrückt. F. F. Okay. Das Wagenrad haben wir also. Oh. 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 Alter Schwede. Okay, hier ist ein Bild von unserer Tochter anscheinend. Ich weiß nicht. Da ist das Monster. Ich kann nicht mehr rennen. Lass mich hier weg. Nein! Lass mich weg hier. Ob es uns hier drin sieht? Ich trau mich irgendwie nicht, mich umzusehen. Okay, scheint nicht wieder da zu sein. Ich renne aber noch ein Stück. Wir müssen mal M drücken. Ich muss doch wissen, wohin. Okay, da unten wieder zum Brunnen. Ab zum Brunnen. Da ist der Baum. Und da ist der Brunnen. Gefällt das gar nicht. Okay. Ich bin wieder hier. Press F. F. M mach M und F. Hold F. Okay. Ah, damit können wir... Ah, das Brunnenrad. Unlock. Okay, wir können das Zimmer. Hatte ich gerade Wagenrad gesagt? Ich meine natürlich Brunnenrad. Denn Well heißt Brunnen. Okay. Ich gehe mal lieber hier in die Tür. Ich press F. Es wird dunkel. Und dann bin ich drauf. Down the road came and knocked on my daughter Saying something about Jesus and the devil Said they could fix my crops back to how they was I told them I ain't got much to offer Since the dust came But goddamn if I ain't sick of watching my daughter starve I asked them how much they'd sock me for it They said nothing So long as I'd work with them Well, I'd work with anyone bound now So they gave me this here book Saying they'd come back as soon as I'd read it A connector, which we can't hold on Wait, F is the control button No, we can't Okay Then we want to go out here again Okay We have to go to the other house We have at least a bit of light That gives me courage Okay, go in here Oh, of course Okay, we should climb up the ladder I'll climb up the ladder No Did you see, what? Hello? I, I... I... Okay We have a fragment Oh, of course Oh, there you are Da unten ist es auch. Das ist überall. Weg, 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 weg. Nein. Das ist ganz nah. Nein, das ist... Nein. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht wegrennen. Das wäre schon Ruhe. Ich glaube, das war es gleich. Ich habe keine Chance zu entkommen. Ich soll aufhören. Ich kann nicht lange genug rennen. Verschwinde. Ist es weg? Scheint so. Aber die Musik ist creepy. Müssen wir hier hin? Ja, wir müssen sogar hier hin. Ich bin in die richtige Richtung gelaufen. Können wir überhaupt sterben? Hat es was gebracht, dass wir es mit dem Licht angeleuchtet haben? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist das nächste Fragment. Und dann sollten wir hier wieder runter wahrscheinlich. Da unten. Ich habe es doch schon gesehen. Nein. Oh. 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 Äh? Was war das? Es wartet doch da unten auf mich. Ich höre es doch schon. Verarsch mich nicht. Denn... Da ist es. Hilfe. Da. Ist es. Es guckt uns an. Ich lasse mich hier in Ruhe. Wohin müssen wir? Zu dem Wagen. Wo ist der Wagen nochmal? Ist er jetzt hier rechts oder links? Großes Haus. Da war der Brunnen. Wo war denn der Brunnen? War das das andere... War das das oder das andere Haus? Boah. Ich... Ich... Weiß es nicht mehr. Da ist der Brunnen. Es sollte nicht so viel rennen, wenn das Monster nicht in... Da hinten ist das Monster. Ganz ruhig. Okay, wir gehen jetzt hier rüber. Gehen zu diesem Wagen. Ist das das brennende Ding da? Ja. Hier ist das Zeichen im Sand. Was müssen wir machen? Was müssen wir tun? Da ist ein Kreuz. Da. Uah. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hast du gehört? Broke. Broke. Ja, das habe ich wohl auch gesehen. Aber da ist es schon wieder. Stell mich meiner Angst. Da. Boah, Leute. Mein Herz. Was muss ich hier Gottverdammt nochmal machen? Erschwinde doch, du Vieh. Da ist... Da... Da schwebt was? Nein. Ach, es gibt mehr als ein Monster. Ja, ich weiß. Oder muss ich hier doch noch nicht hin? Ich muss jetzt unbedingt nochmal auf die Karte gucken. Doch, in der Nähe des Wagens ist so ein Zeichen. Ich kann hier nochmal in der Nähe des Wagens ein bisschen Gegend ablaufen. Verschwindet. Wow. Okay. Die sind nicht mehr so gruselig wie früher vorhin. Ich höre es doch schon wieder. Ich muss mich in Ruhe. Aber... Aber was müssen wir machen? So viel zu, die sind nicht mehr so gruselig. Ihr müsstet mich sehen. Nächstes Mal muss ich das mit Facecam aufnehmen. Ich sterbe gleich. Und ich... Da. Da. Lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt zum Haus. Schnell. Da vorne sind zwei von diesen Viechern. Wenn ich sie angucke, dann geht es alles in Ordnung. Jetzt rennen, 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 rennen. Und zum Haus hier. In Sicherheit. Was, was, was müssen wir jetzt tun damit? Ich verstecke mich mal hier hinten eben. Ähm. Sind wir im falschen... Ne, wir sind im richtigen Haus. Okay, Hexenbücher. Wohin? Wohin müssen wir? Gottverdammt, nochmal wohin? So, press F to read the story. I sat down and tried to give this book a reading. Used lots of big words. But I reckoned something about cooking folks in iron pots. And no sooner than I finished her, did I hear a window break from Patricia's room. So I ran myself over there, opened the door and saw some son of a bitch taking her out to the windmill. Geht's weiter? War's das? Wow. Alles ist voller Buch. Da ist ein Kopf. Das ist doch der Kopf eines Monsters. Alles färbt sich, alles brennt. Hier sind überall Monster. Wohin wissen wir? Ich trau mich nicht, auf die verdammte Karte zu gucken. Ich renne einfach. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das sind schon mehr als ein Monster. Wohin müssen wir? Verdammte Scheiße. Ich möchte gerne auf die Karte... Ich glaub, hier geht's nicht weiter. Danke. Das waren die Flammen. Ich werde sie verscheuchen, einfach. Von hinten ist auch ein Monster. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Sie lassen sich nicht verscheuchen. Es kommen immer mehr. Wo müssen wir denn hin, Gottverdammt, nochmal? So, wenn ich euch... Solange ich euch angucke, ist alles in Ordnung, oder? Okay, unten zum Fluss. Bei dem Haus. Okay, das schaffe ich. Ich renne. Oder soll ich nicht rennen? Welche Seite ist denn der Fluss? Okay, nicht auf der Seite, wo der Brunnen ist. Oh. Das ist Feuer. Hier auf die Seite, oder? Bin doch richtig, oder? Da ist schon... Da sind... Wie viele sind hier denn? Lass mich in Ruhe. Ja, vielleicht noch ein paar mehr. Wenn ihr mir noch ein paar mehr serviert. Habe ich gar keine Probleme mit. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Verdammte Scheiße. Wo muss ich hin? Muss ich da vorne hin? Wo muss ich hin? Okay, hier. Irgendwo. Muss das doch... Hier ist kein Fluss. Oder geht es gar nicht um einen Fluss? Bin ich hier richtig? Hier komme ich gar nicht rein, anscheinend. Lass mich in Ruhe. Lass mich Gottverdammt nochmal in Ruhe. Ihr Creepy, Mann. Lass mich in Ruhe. Weg, 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 weg. Oh, jetzt kommen wir hier drauf. Okay. Aber ich glaube, wir sind hier nicht richtig, oder? Oder sind wir hier doch richtig? Okay. Okay. Hier ist ein Kessel. Press F. F, F. F, F, F. Ich habe den Kessel zerbrochen. Jetzt lass mich in Ruhe. Da ist noch ein Kessel. Nach vorne. Bis hier drüber, ein Kessel. F, 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 F. Da auch. Haben wir verloren? War es das? Habe ich den Kessel gebrochen? Ich habe es nicht geschafft. Okay, again. Wir müssen hier rüber. Beziehungsweise, war das das erste direkt? Ja. Okay. So. Diesmal machen wir es direkt. Richtig. Was zur Hölle? Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Da stapeln sich Köpfe. Okay. Press F. Nummer 1. Nummer 2. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Na? Hier, Break. Haben wir es geschafft? Wie, wir haben... Wieso starten wir schon wieder hier? Hä? Diesmal war es doch eindeutig. Oder? Also. Meiner Meinung nach haben wir das geschafft. So, wir gehen dann nochmal hin. Dann gucken wir dann nochmal an den... Scheiß. Viecher. Verpisst euch. Ich... Ich... Ich hänge hier fest. Äh... Äh... Ja... Schönen Dank. Lass mich mich mal bewegen. Okay. Das wäre irgendwie eine bestimmte Reihenfolge oder so. F to Break. Press F to Break. Press F to Break. Jetzt kommt hier wieder die Musik. Da ist der Geist. Ob es wird zum Geist? Willen wir diesmal was anderes? Vielleicht hätte ich auch bei dieser Story gerade auffassen müssen. Habe ich aber nicht. Okay, diesmal kommt was anderes. Hm, das sind die Autos, die beiden. Ein Toter. Der hat das Zeichen auf der Hand. Das soll aber das heißen mag. Okay. Das war das Spiel. Ja, es hat mir einige Schrecken eingejagt. Äh, wenn ihr wollt, dass ich nochmal ein Horrorspiel spiele, äh, dann lasst mir eine Bewertung da. Schreibt es mir in die Kommentare. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr nächstes Mal eine Facecam haben wollt, ebenso. Ich würde sagen, macht's gut und bis bald. Euer Smash von Smash.eu